konntest du alle drei fehler in diesem short finden schreibt sie auf jeden fall in die kommentare so da sind wir da ganz ganz schöne polarlichter hier auf jeden fall hier ist kein fehler auf jeden fall das sieht ganz ganz schön spannend aus hier wir gehen mal weiter oh das nehme ich auf jeden fall mit sehr sehr lecker